Power Plus, please. Warum? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für Bullshit? 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 Ich wünschte dir nur eins. Danke schön. Ah, Junge, das hört doch echt nicht auf. Ganz im Ernst. Hör doch echt nicht einfach. Aber jetzt begegnen wir uns. Na, wenn du eine gescheite Bezahl durchfühlst. Ich bin immer wieder. Oh, wir spielen mal ein anderes Spiel. Nein. Nein, nein, nein! Nein. Wir führen mal ein Kreuz bitte Wuuuh, das ist ein Rutsch. Wisst! Haha Haha. Wo ist denna? Wo ist denn ein Rutsch? Wo ist er? Natürlich würfel ich eine Zehne, Alter. Was war noch sonst? Ich will eigentlich gar nicht zum Start kommen, ich hab eh das geilste Trio, ganz im Ernst. Ich hab das geilste Trio, yeah, yeah. Was heißt hier Trio, ich hab das geilste Duo und Power Plus wär noch lecker, lecker, lecker. Komm, du Feuer. Komm nur her. Warum gamblst du, du hast schon einen Vornein? Haha, den sinken zu haben. Ist voll Holz. Kannst du ja nicht mal bezahlen, du Idiot. Haha, du bist so blöd, ey. Was kannst du denn erst richtig witzern? Man, ich will nicht zum Start. Ja, natürlich eine Zehn. Toll. 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 Warum kommt jetzt kein Würfel? Du Anus. Ha, voll ist alle Münzen und kann es nicht machen. Kann es, kriegst sie nicht machen. Warum hast du so wenig Geld, Alter? Oh Anus. Ich hab gar nichts. Hey, warum hast du so wenig Geld, du Anus? Warum? Was soll denn der Rotz? Nein, wir begegnen uns nie. Wenn es so weiter läuft. Kann wir uns niemals begegnen. Wird nie passieren. Ganz im Ernst nicht. Das ist ja voll die Lack am Map. Guck mal. Da! Ich muss sie nur noch überholen, Digga. Mann. Warum machst du das? Anus. Jawoll. Anus. Du schenkst noch Ferne, Samad. Jawoll, jetzt komm ich und hol dich. Jetzt Richtung Zweck. Ja, Glücksroulette auch noch. Ja, Glücksroulette auch noch. Ah, Anus. Kleiner Anus. Ich fühle mich jetzt. Nein. Ich fühle mich jetzt. Ich fühle mich jetzt. Ah, komm mal her. Keine Ahnung. Weg mit dir. Ah, du schrubst. Ja. Entschuldigung. Du hast doch komplett Lackfeuer. Komm. Jetzt greif dich doch mal an. Mach ich doch. Warum? Warum? Jetzt guckst du dich. Warum? Hey. Mann, Alter. Ist der hinten oder nach vorne? Hinten ist der. Junge, ich hatte so das geile Duo von einem Piranha-Planzen und du, das geht nicht. Treffen wir uns nie. Ist das doch auch eine Gammel-Map, Alter. Einfach nur Lack. Lacker-Map. Das ist ja der letzte Tag von diesem Projekt. Und ich wollte sagen, die ist nicht so gammelig. Ist kompletter Rotz. Genauso rotzig. Kann man die Map spielen? Warum gehen wir die andere Richtung, Alter? Was ist das? Alter. Du bist der Fick. Du bist der Fick. Mein Gott, ey. Warum? Was ist das? So, jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt können wir uns battlen. Bist du still? Was ist los? So ein Scheiß, Mann. Kann das sein, dass es sich so ewig zieht, ey? Es zieht sich in die Ewigkeit. No, das wird schon mal weiter. Verzei. Feier blockiert alles, wie ein Verzer. Feier blockiert alles, wie ein Verzer. Fisch! Das war ein Battle. Junge, du hast auch nur geblockt, wie so ein Fettsack. Deswegen hast du Glück gehabt, Fettbacke. Ich kenne kein Geld der Welt. Junge, du hast einfach nur komplett reingelackt. Du bist immer genau da. Ja, du bist einfach ein Bastard, Alter. Lass dich jetzt ficken. Warum? Obwohl, scheiße. Du kannst dir nicht bezahlen, du Spasti. Außerdem bin ich jetzt dran. Du willst mich jetzt bumsen. Ja, du kriegst das mein Leben abgezogen, du Idiot. Der ist tot. Hä, warum bist du nicht tot? Und greifst du auch den an? Alter, der Typ ist doch dumm. Wie scheiße der Schneemann, Alter. Wie kann man so dumm sein? So für ein Idiot, Alter. So, hat man dir ins Hirn gekackt? Und greifst du den an und nicht Donkey Kong, du Roskopp? Was? Meine Frisse. Warum nicht, seit du mich von diesem ficken kannst? Ich will, dass der Scheiß hier vorbei ist. Happening. Plus, plus, plus. Obwohl, ist gut. Ey, kannst du da nochmal würfen, oder was? Ja, auch noch Glücks-Roulette. Ich glaube, es schackt jetzt hier. Warum willst du den hinten haben? Ich denke, kannst du mich jetzt füllen? Oh, der ist eine Scheißabwehr. Checkst du das mal? Egal, hauptsache, man muss hier mal am Platz. Hauptsache, der Schneemann trifft jetzt mal. Ach, noch zu Game-Guy gehe ich jetzt. Ich gehe nicht auf Toad. Ey, du bist doch echt verkrüppelt, Alter. Warum willst du Toad? Hä? Was ist das für ein Typ? Schneemann, du bist echt komplett dumm und unfähig, Alter. Bist du froh, weil er weg ist? Das ist so unfähig, Alter. So ein Huren, so. Immer den Gleit. Meine Güte, mach jetzt. Mit dem, bei mir gewinnt der Kleine. Die kann auch so gut wie eine gewinnen. Ja, trotzdem kann der mal gewinnen. Endlich. Ein Prozent-Chance bestimmt. Ich habe noch nie, ich habe nur zweimal gesehen, wie der Kleine gewonnen hat. Bei 3.000 Partien. Wasserkalk. Oh, ja, das ist Wasserkalk. Mal's Maul gibt was, geil. Fairtrade, geil. Natürlich würfelst du so eine gute Zahl. Anus. Anus. Mann, Alter, wie soll ich dich jetzt kriegen? Jetzt komme ich zurück. Ich renne weg. Ich habe Schutz. Das ist ein Kleiner, das ist ein Kleiner, das ist ein Kleiner. Das ist sechs Leben, Alter. Das ist komplett krank als Abwehr, Junge. Komm nur her, du Anus. Warum immer zu da drauf? Ganz im Ernst. Kein Willen. Bitte lass uns wieder mit den Kettenhunden kommen. Oh, das Gammelspiel. Wetten, jetzt ist er komplett intelligent, würfelst du sechs. Und dann würfelt er nicht mehr. Weil die hört direkt nochmal. So ein dummer Wichser. Bei mir ist er komplett intelligent. Sag ich dir jetzt schon mal. Ich hoffe, der würfelt jetzt eine sch... Wetten, der würfelt jetzt eine fünf. Der würfelt jetzt eine fünf. Okay, der ist verloren. Easy. Endlich. Meine Güte. Vor allem, der landet auch noch mit dem Gesicht drauf. Willst du, wenn ich wirklich noch? Nein. Meine Güte. Ich glaube, wenn man auf der 7 drauf geht, kriegt man das dann verdreifacht, oder was? Das ist echt am scheißesten. Kannst du ihn doch nicht mal bezahlen, ne? Ja. Ich behalte erst mal den Schneemann. Warum? Warte, bist du ja. Komm her, Feuer. Komm her, Feuer. Komm her. Du kannst mich nicht mehr holen. Was? Was? Hey, was habe ich jetzt bekommen? Ich habe das jetzt so vorgespult. Okay, ich bin am Arsch. Nein. Du bist so ein Wichslacker, Alter. Da kann ich auch nichts für. Mann, Alter. Ich habe keine Lust drauf. Bitte würfel eins. Da muss ja eine raus. Dann Schneemann, raus mit dir. Alter. Ich glaube, ich nehme den Geist. Yes. Jetzt habe ich nämlich Doppelgeist. Und es gibt jetzt was? Was gibt das jetzt? Wasserkalk. Kann ich jetzt hören? Ein grandioses Buhu-Paar. Oh, lecker. Wasserkalk. Was gibt es jetzt mal Wasserkalk? Nein, schlack so groß. Aber Buhu ist voll sick, ne? Der kann nichts für mal angreifen, glaube ich. Oh, Alter. Ist das ein leckerer. Komm, du Fall. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Ja, 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 ja. Was will ich denn? Komm doch her. Kannst mich nicht mehr holen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hurensohn. Komm her. Komm her. Hurensohn. du spielst so auf zeit das ist unfassbar genau was wir auch ab wie eine musik wieder was kann ich dafür wenn er raufkommt immer dieses gambeln alter mit netz roulette wenigstens geschenkt jetzt gewinnt der kleine gewinnt er auch leider ich bin am verhungern schnell futter gewinnst du jetzt bitte schnell es ist das im betrug Oh, was gibt es denn? Ihre Meinung bitte dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt nicht der Kleine. Aber das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ich will den Schöne so gut das mal den Kleine nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stopp! Das ist voll. Kommt bei dir. Alles Geld verdient. Super. Deine geilen Begrüße. Hä, diese Scheiß-Map. Das ist auch einfach nur ein dummes Spiel. ganz im ernst alter game guy ist so ein dummer hurensohn will den nicht warum was ist wie wärs mit einfach mit nein mario kannst du nicht einfach nein zu dem buch und so sagen denn der scheißmaske das ist nicht das haben wir nichts und das kann man spielen